Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze auf den Corona-Mist auswirkt. Feuchtigkeit, viele Menschen, die nur Gutes im Sinn haben, nun aber eventuell ohne Maske sich helfen, etc. Da habe ich ja letztens auch so ganz dämlich ein Video gesehen aus dem Bundestag oder so, wo, ich weiß nicht, wer es war, irgendwer hat da gerade am Pult gestanden und eine Rede gehalten und die Vorsitzende vom Bundestag hat ihn ermahnt, er soll doch bitte eine Maske aufsetzen. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, da wurde mehrmals gesagt, er muss eine Maske aufsetzen, wenn er seine Rede da vorne hält und darf ich euch mal ehrlich was sagen? Ich finde das so hirnrissig, wenn einem gesagt wird, er muss eine Maske aufsetzen von der Vorsitzenden des Bundestages, die selber keine Maske trägt. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat. Ich dachte immer so, hä? Hier, das ist so, das ist so dumm. Das ist einfach, das ist so typisch dumm. Vielen Dank, Frau Kollegin. Wer das gesehen hatte? Ich muss kurz mal suchen, wo die Stelle ist. Ja, hier, das ist das Video, das ist so dumm. ...Vorschriften zu ändern und zu verkomplizieren, vielen Dank. Herr Seitz, warten Sie bitte, da Sie keine Maske haben, sondern nur ein löchriges Tuch, fordere ich Sie auf, diese Maske jetzt zu tragen. Sie haben ein löchriges Tuch, das ist keine Maske. Es ist keine Maske. Ich fordere Sie auf, diese Maske zu tragen. Die ist, die ist, die ist, die ist aus der sterilen Verpackung. Gut, Sie bleiben jetzt hier stehen. Ich kriege Sie auf den Stift. Also ich meine, die Maske hier ist natürlich auch lächerlich, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, das ist total dumm. Ja, wenn man einfach dumm ist, dann, ja. Aber das hier ist genauso dumm. Ja? Das ist genauso dumm. Ein Theater, was hier abgeht, ist nicht zu fassen. Erklär mir das, erklär mir das, erklär mir das, Chat. Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute sitzen um diese Tante drumrum. Alle tragen eine Maske. Sie fordert ihn auf, eine Maske zu tragen. Warum trägt sie denn keine? Das ist doch Frau Rot, oder? Warum, Frau Rot, warum tragen Sie denn keine Maske? Real Talk. Genau diese Szene, es ist halt einfach so, dieses Typische. Ja? Das ist dieses, wie jetzt mit den ganzen Corona-Regelungen. In der Schule müssen die Kinder Abstand halten, dürfen nicht miteinander spielen. Aber auf dem Weg zur Schule, im Bus, dürfen sie nebeneinander sitzen und sich aneinander pressen. That's Bullshit. Bisher hat es kein Spiel geschafft, WoW komplett zu zerstören. Doch, es gibt ein Spiel, was es geschafft hat, WoW sehr stark. Zu beschädigen. Real Talk, Leute. Es gibt ein Spiel, was WoW extrem geschadet hat. Ich weiß welches. Welches denn? Final Fantasy, oder? Nee. Daisho, Daisho und Wendellemops haben es schon erkannt. Und das ist korrekt. Nämlich WoW selbst. WoW Classic, WoW PC. Und wenn WoTLK kommt, ist Retail tot. Das kann ich jetzt WoW-Spieler natürlich nicht wissen, ne? Final Fantasy drückt zwar auch gut rein gerade. Vor allem, weil die ganzen großen Jungs aufgesprungen sind mit Asmongold und Kokanich und Co. Ich hab mal sogar gehört, dass sogar nicht Final Fantasy mehr Spiele als WoW haben soll. Final Fantasy hat schon immer mehr Spiele als WoW. Echt? Krass. Das liegt aber daran, dass Final Fantasy in Japan so ein riesen, riesen Game ist. Und, ähm, es ist einfach auf Twitch einfach nicht so beliebt. Ich weiß nicht warum. Ähm, Final Fantasy findet auf Twitch einfach nicht so den Anklang. Vielleicht kommt das jetzt, weil die großen Künstler aufspringen, wie Asmongold und Co. Dass das Final Fantasy endlich den Push kriegt, den es eigentlich verdient hätte. Ja. Aber an sich war Final Fantasy schon immer größer als WoW. Schon seit langer Zeit. Lange Zeit schon. Aber ich weiß nicht genau, wie das, äh, wie das Endgame ist bei Final Fantasy, aber hast du da auch den, diesen Grind wie in WoW mehr oder weniger? Ja. Doch, ja. Ja? Ja, ja, also du hast natürlich auch da die, die Boss und alles drum und dran. Du musst da auch Gear Farmen, die Berufe. Aber es ist halt deutlich angenehmer, vor allem zu twinken, weil du alles auf einem Charakter machst. Du hast ja keine, du hast bei Final Fantasy ja keine zwei, drei, vier, fünf Charaktere wie bei WoW, sondern du hast nur einen und der kann halt die Jobs wechseln. Na, okay. Heute bist du tankt, morgen bist du heal. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich bin sogar positiv überrascht von Aschmongold, der gibt sich ja wirklich Mühe, nicht so toxisch zu sein wie bei WoW. Ja, das sollte er auch nicht, weil Final Fantasy ist da deutlich strikter. Ja. Final Fantasy ist deutlich strikter, auch was so Hate im Game angeht, da haut Final Fantasy direkt Bans raus. Also sowas wie bei WoW mit Damage-Meter und du hast zu wenig Damage und fliegst aus der Gruppe raus, das gibt's da halt alles nicht. Wenn du da einen Damage-Meter bringst und sagst, ey, du machst zu wenig Damage, kriegst halt einen Bann. Da ist Square sehr, sehr strikt und es gibt ja auch keine Addons oder so. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017